Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Letze Player... Wow. So, Terraria. Im letzten Part haben wir uns auf die Suche nach Ultimate Elementen begeben. Beziehungsweise Rohstoffen wie Kobalt, Mythrid und sonstigen Kack. Und wir haben auch welches gefunden, nur leider nicht... Danke, Marty. Nur leider nicht so viel wie ich. Mir vorgestellt habe. Und deswegen werde ich jetzt... Nochmal hier... Im wundervollen... Hm, hier ist nichts. Ah, in der wundervollen Corruption. Äh, nicht Corruption. Ist da was? Ne. In der wundervollen... Crimson heißt sie, jetzt haben wir's. Auf die Suche gehen. Ist hier irgendwas? Ne. Nach Kobalt, Mythrid. Mythrid. Aber allen voran gerade mal Mythrid. Aber leider... Scheint hier absolut nothing zu sein. Was natürlich absolut schlecht wäre. Hi. Das ist auch nur Eis-Kacke. Nein, aber keine Sorge. Ich werde diesen Typen jetzt nicht nochmal besiegen. Nein! Gut. Was? Wie konnte der mich bitte treffen? Du formaler Taita. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Warum muss ich... Hi, Marty. Du darfst ruhig eintreten. Das ist schon irgendwie erlaubt. Aber jetzt mal ganz ohne Witz. Wieso muss ich immer... Wenn ich offscreen zu einem Platz gehe, wo ich den Part starten will... Wieso muss ich immer sterben? Und zwar gleich am Anfang. Ist euch das mal aufgefallen, dass ich dann immer drauf gehe? Ich habe langsam keinen Bock mehr, immer drauf zu gehen. Das war doch hier, ne? Ja. Gut, da wir jetzt ja viel freigeschalten haben... Ich bin mir nicht mehr... Hi, Penguin. Besser. Ähm, dann müsste doch hier jetzt auch viel Zeug sein, ne? Ich war doch hier seit dem letzten Mal dann nicht mehr drin, ne? Hier haben wir ja nun mal geschaut, ob es hier was gibt. Wo ich das noch nicht freigeschalten habe. Ich depp. Höre ich mich oder habe ich recht? Naja, wie gesagt. Ich werde jetzt einfach nochmal suchen gehen. Irgendwas wird sich hier schon finden lassen. Und zwar ausnahmsweise kein Kupfer. Ich sollte das ganze Kupfer vielleicht eines Tages mal abwornen. Hey, kommt. Ich habe doch nicht Kupfer freigeschalten. Jetzt mal ohne ganz. Ja, Crimson brauche ich nicht. Ich habe ein Leben verloren durch Fallschaden. Sehr toll. Hi, Goldbart. Danke für deinen Moos. Wer ist Eladon? Ah! Weißbattle! Ja. So kannst du gleich in die Tonne treten eigentlich. Goldbart? Nein, aus. Verdammt. Das kann der auch nicht. Ja, verdammt. Mein Bummerang kann das nicht aufhalten. Töte ihn, bitte. So. Froststoff. Wo ist denn die? Wo? Hey, was haben wir denn da? Geil. Hört sich Goldbart da unten, der steckt fest. Okay, da das hier aber alles so blau ist, es ist ziemlich behindert, Elemente daraus zu erkennen. Da war ein Spinnennetz. Da hinten habe ich was gesehen. So, dann haben wir hier was. Ah, nein, es ist nur led. Er ist nichts. Oh, nein! Alter. Manche Ninja Turtles haben echt einen IQ von zwei. Aber, dieser Ice Road ist geil. Ah! Hör mal auf. Oh nein, ich habe Dennis getötet. Tut mir leid. Okay, wer diesen Insider checken will, dann muss das Tree Gather von Terraria auf dem Channel Pyro 4 LP anschauen. Wow, chillt mal. Ah, da oben war was. Nein, doch nicht. Hier ist alles so blau. Hier muss doch was sein. Kann doch nicht sein, dass ich... Aha. Was ist denn das? Scheint aber nur Kupfer zu sein, ne? Ah, ich brauche es jetzt einfach mal ab. Ja. Led, Tanksten, Kupfer. Alles, was es mal hat. Alles, was es hier so gibt. Aber leider... ...absolut nichts. Was ansatzweise... ...äh... ...mythril oder auch nur Kobalt sein könnte. Ich würde mir jetzt... ...jetzt sogar mit Kobalt zufrieden geben, ganz ehrlich, wenn hier nichts ist. Ich will jetzt nicht wieder umsonst gesucht haben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich hier nicht schon mal gesucht habe. Und zwar, als ich schon freigeschalten habe. Irgendwas muss es hier doch geben. Nein! Ich töte mich, glaube. Ich habe einen besseren Plan. Ich brauche nur was zu mir, genau. Oh Gott. Was? Man kann mit dem Edgar Enterhaken verletzen? Er töte mich. Ach, Golbar. Du nicht. Ach man, er hat meine Steuerung verdreht. Fuck. So. Ne, hier ist absolut nichts. Tötet mich, Welt. Ja gut, du ungern. Moment mal, hier unten war ich noch nicht, ne? Geht definitiv noch nicht. Eisdickel. Was ist das? Barbarisch. Halt! Golbart! Ah. Wow. Die ist nicht schlecht. Ninja Turtle, auf ins Gefecht! Wow. Die ist echt nicht schlecht. Vor allem, weil die das immer abschießt, ohne Aufladezeit. Alter. Die ist echt nicht schlecht. Ja, Ninja Turtle. Sehr toll, machst du das. Ich glaub mein... Oh oh. Mein ganzes... Äh... Waffenausenheit besteht aus Eis. Wenn hier irgendwas ist... Und nein, die Turtles leuchten, ne? Nicht so niemand widersetzt sich meiner Eis-Power. I hope so, zumindest. Cool, falls ich hier doch irgendwie drauf gehen sollte, nehm ich ein bisschen Led mit. Als Entschädigung. Ich wette sowieso... Na ne, ich heil mich mal. Nein! Das wollte ich jetzt gerade nicht. Da unten ist was! So, Kobalt. Dich hab ich. Du kannst mich mal dreifach. Gut. Da! Ey, nein, nein, nein. Hör mal auf. So. Ich brauch Licht. Nicht, dass ich ein Goldbart anschleiche. Kobalt haben wir schon mal. Da oben seh ich wieder Tanks. Den hab ich in der Ecke gesehen. So, jetzt... Jetzt hier unten war was. Achso, das ist ein Crimson. Äh, ein Crimore. So. Was haben wir hier Schönes? Absolut nichts, nehm ich an. Da oben leuchtet was. Das wird wieder ein Ninja Turtle sein. Ey, wieso machen wir es nicht wie am Anfang des LPs, ne? Wir buddeln uns einfach. Ja, zwei Fackeln. Ist natürlich sehr toll. Hm. Ich buddeln mich jetzt einfach mal querbeet durch irgendwo. Mit meinem Eiswaffenarsenal werde ich schon weit kommen. Bam, bam. Ich sollte mir vielleicht so einen Igloo bauen, ne? Und dann haben wir wieder irgendwas gefunden. Blatt haben wir schon mal. Wow. Auch wenn wir... Oh, doch. Hi, du Pisser. Du kannst machen, was du willst. Du bist down. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Next one gefunden. Ich glaub's nächste Mal, nehm ich mir ein Bett mit. Obwohl, nein. Ganz schlechte Idee. Man, hier unten ist echt dunkel, ne? Hi. So, doch, schau mal wieder. Wow, kritisch. Was haben wir hier? Nur Gold, nehm ich an, ne? Aber auch Gold kann wichtig sein. Ja, ich hab eigentlich... Ich, äh, merke, dass ich nicht mehr die Dinger hab. Die brennende Spitzhacke. Das merke ich schon. Eldalon has departed. Wieso ist das jetzt auf Englisch gestellt? Ja, ich hab's schon noch auf deutsches Game. Okay, dann ist diese NPC halt ein neuer NPC, der nur auf Englisch einziehen kann, weil es noch nicht eingedeutscht wurde, ne? Oder ich blick's einfach nicht. Da haben wir schon die nächste Eishöhle. Halt, halt, halt. Jetzt chillt mal. Heißt mich mal normal willkommen und nicht mit Battle-Töten-Moves. Brauch neue Fackeln. So. Ich hab immer noch diese 5 Kackfackeln im Inventar. Jetzt verpiss dich. Da oben könnte halt schon was sein, ne? Ja, aus diesem Grund. Schauen wir mal nach. Golbart. Und was ist hier? Nichts. Gut, dann haben wir das schon mal. Wo hab ich jetzt Schaden her? Hey. Du Smaragd. Da ist hinterkommt hier vor allem sie zerstört. Oh mein Gott, Kobold. Ich hab eigentlich was ganz anderes gesehen und wollte deswegen schreien. da unten ist so ein Eis-Teil. Hier ist nichts. Unheilige Pfeile bringen mir auch so viel. Ich will das wirklich... Ihr wolltet ja alle an Eisbette, ne? Dann stellt euch meiner gewaltigen Macht, meiner Sense. Auch du Wurm. Auch du Wurm. Ich weiß, dass ich fast draufgegangen wäre. Ja, ich darf nicht mehr reinstürmen. Es sind Hardcore-Gegner. Das muss ich mir immer und immer wieder mal selber sagen. Ach. What the fuck? Was? Akzeptiere ich. Ey, der unten ist ein Turtel. Dann muss da was wertvolles sein. Oh oh. Das kann brutal enden. Oh. Danke, du Eis-Teil. gleich noch einer wie viele denn noch bitte also langsam da ja bin ich hier meine güte alter aber da haben wir was ja so ich musste gerade eine spinne die vor meiner fresse auf meiner wand gelaufen ist abschlag ich hasse spinnen über alles müsst ihr wissen von denen ich habe es eine richtige fette insekten spinnen phobie es war aber so eine kleine spinne weswegen sie mir nichts ausgemacht hat früher als ich noch so was weiß ich zehn oder so war ich habe vor so kleinen spinnen abgehauen also das ist echt hässlich gewesen damals hier war auch was sind das da topaz wünsche ich wirklich mit mehr anlegen kleiner da passt natürlich auch mitnehmen schaubomben haben wir hier was ich denke ich sag mal wo auf der karte bin ich eigentlich ich guck gleich mal nach ok das schön ja hier habe ich mich durchgebuddelt dann schon mal der zweiten dreckskackteile ich habe jetzt aber gesehen dass unter mir was ist kann man jetzt einmal sich seine orientierung aufmerksam da leuchtet immer noch was was ist denn das antwort warum leuchten die eigentlich so hässlich eigentlich konnte ich noch mal kurz fliegen so darf ich habe das gesehen ja ganz definitiv kobalt also die sense die eine pfeilfalle die musik klammern abbauen diamante nein sind safiri hat es sogar mührie sauber doch ja wollt den totalen krieg oder so geht also das sonst nicht so rüber gekommen sein wie es rüber kam ich sag es nur eine eistruhe ich sag es nur gerne mal zum spaß beschwörte ich muss das schnell machen weg mit den haftbomben bzw weg mit den ascheblöcken tanks gravitation brauche ich alles nicht brauche ich alles nicht die hölle ist sehr sehr grisig hier haben jetzt wieder sachen die ich nicht aufnehmen kann oder doch amnitzisten habe ich schon immer im inventar da ist noch einer so was kann ich noch wegwerfen eigentlich die herzkristalle die eisblöcke kann ich wegwerfen da kann ich den tanksten war mitnehmen der hätte ich halt gleich gesoffen auch wenn ich das absolut nicht brauche so haben wir hier noch irgendwas wertvolles da war katar viel gestanden oder mich blöd ja bin ich da unten ist auch was meine doch da waren wirklich safiri ich sehe sie doch hier da oben legen aber auch noch ein paar safiri rum safiri safiri meine ich natürlich da ich hatte jetzt echt gehofft ich finde endlich einen magic mirror aber natürlich nicht da wasser ich hasse dieses wort eigentlich über alles genauso wie was sagt man denn heutzutage es gab ja genau babo oder stabil na okay stabil habe ich mir sogar angewöhnt aber so babo und so ein scheiß das hätte ich mir niemals angewöhnt das ist richtig ich find's minder bemüttelt gut ja ich weiß nicht wie mal was da oben ist auch wieder was ja toll ich finde sachen warte also scheiß gravitation strank nein hör mal auf ich darf nicht weh drücken weil sonst komme ich in die andere richtung es hat mir gerade übelst geflasht was habe ich hier das dürften diamanten sogar sein ja die muss ich auf jeden fall aufnehmen warum habe ich noch eine silberaxt bei mir lutsch scheiße stirbeisenerz ganz ehrlich so wie mache ich dich jetzt am besten platt natürlich mit gegenangriffen oh scheiße es sind zwei turtles so aber wirklich es gibt echt sehr sehr wenig von meinem geliebten ärzten hier oh nein hör auf aus bruder aus ja super super es gibt so viele wege jetzt gerade ich habe noch mindestens zwei andere aber das problem ist ich muss alles überprüfen okay goldbart ich befreie dich jetzt sogar freust dich wenn der mich jetzt zum dank getötet hätte oh jetzt hat er wieder meine scheiß steuerung verstellt aber hier ist eh wieder nichts sehe ich jetzt schon eigentlich könnte er nicht schießen oder sowas wird man ich finde wieder ein lebenskristall oder so ein bomben ist schon mal ganz nett aus hier gold da waren wir eine steinfalle mit so einem schnee engel teil ich habe ja immer noch die leise hoffnung dass ich natürlich finden da in magic morrow drin ist das ist so noch das einzige lp ziel das ich verfolge weil ich finde einfach an ärzten finde ich absolut nothing nicht an ärzten sondern an ärzen jetzt wird verschwinde du drecksteil komm zurück danke ich wäre gerade fast drauf gegangen aber jedes mal habe ich auf mein leben geachtet und allzu viel erfolg in sachen mytrikacke habe ich immer noch nicht das kann total enden ich brauche das herz gut ja auf diese scheiß schneemasse ist hier verlass ja du turtle was machst du jetzt ich wusste dass du diesen angriff planst verschwinde ruhig töten werde ich dich so oder so ja wir sind schon bei 23 minuten aber trotzdem finden tue ich absolut wirklich nichts fast und dann bin ich schlechter scharf schütze aha was haben wir hier eine qualle sweet fuck haben wir hier noch was nö hier auch nicht naja zu der qualle will ich jetzt ehrlich gesagt nicht runter ich geh mal wieder weg von hier oh fuck wo ich denn da ausgegangen ach scheiße das ist ein gegner fuck ich will doch nur da okay hier war doch der rückweg oder ich weiß es schon gar nicht mehr also ich geht es ja ja hier klar doch hier an die bomben ja ja also ich gehe jetzt nicht aus diesem teil heraus ich will einen anderen weg einschlagen waren wir hier nein sonst hätte ich beleuchtet ja doch hier waren wir ich habe hier beleuchtet waren wir jetzt wirklich schon ja waren wir wo waren jetzt noch die wege die ich noch nicht eingeschlagen habe hier unten mal auf ich bin ich bin mal live im drecksbasten kinder mal ich bin mal ich bin scheiße aber auch da ob mich schweizer ich sehe ihn doch ach jetzt ja doch ich muss rein ja ich werde sie runtergegeben egal ja zeigt was du darauf hast dass du ganz toll gemacht bruder oh nein die grüßen breitet sich schon in mir aus ja 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 scheiße ähm ach komm moment hier mal die trelle haben jetzt schon mal zwölf kobalt haben wir wieder bei an mitrile am bus ne ich möchte keine kobalt waffen danke ein glück habe ich schon tanksten kacke also lett habe ich echt viel mitgenommen glaube ich scheiß auf das led erz was ist das was ist das nehme ich jetzt einfach mal hast du schon eingelebt mein lieber martin nein ich hab ich der papi topasse weggeschmissen aber da mal du hast doch noch bestimmt platz in deinem zimmer für diesen eierhaucher natürlich nicht was bringt er mir nix so wer ist denn jetzt neu eingezogen star nicht kona auch nicht philosopher fahrt nicht bronson nicht luka doch mortal war ne hi kori ich hatte noch jemanden neuen egal ich werde es diesen fisch hallo da habe ich meinen pinguin auf meiner seite ich denke sie will ihre fische ich denke es nicht gut okay martin was geht ab dann soll es für diesen part erst mal gewesen sein falls euch der part gefallen hat könnt ihr es gerne mit einem daumen nach oben einem freundlichen kommentar einem favorisieren des videos einem verbreiten des videos einem abonnieren meines channels und oder ein verbreiten meines channels bei gutheißen ich würde mich freuen wenn ihr auch das nächste mal wieder einschaltet und der bb pinguin ist absolut overpower der kann asozial geil fliegen und wir sehen uns dann im nächsten part wieder und werden alle voraussichtlich mit sehr sehr viel glück und verstand zeug finden bis dann und moment ich werde jetzt irgendwas in die luft jagen okay eigentlich kann ich ihn nicht verletzen okay der arme wird jetzt getötet soll ich schon wenigstens von der koplin invasion nein mein pinguin aber der kann doch rauscheaten ja okay bis deine bis dann